Oh nein, das macht so kein Spaß. Warte, die Challenges für die Damager-Web hier sind zu schlecht, ich muss sie noch mal erhöhen. Alter, ich farm hier sogar, weißt du? Äh, Level meine ich. Wo ist? So, jetzt geh du mal kurz zu Nils vorbei, während ich hier mal zu dir gehe. Nee, da ist ein Problem, vor meinem Haus steht ein Zombie. Ja gut, dann slay ich den mal. Wieso hast du mich eigentlich noch nie nach Diamantsachen gefragt? Weil ich insgesamt keine brauche. Okay, ich hab nämlich noch 50 Diamanten. Also, ich zeig dir das kurz her, was los ist. Pa. Punkt A. Das Schild da. Die Scheiße von Fick. Und das Dein-It-Sing hier. Da stand True-It-S-Höllenfestung dran. Oder Festung. Wenn du jetzt irgendwas anderes hinschreibst, als das, was ich grad diktiert hab. Und das hier. Oh, das ist ein Penis. Auch schon gesehen. Ja, ja, den würde ich irgendwann mal abbauen, aber ich find den schön. Komm jetzt, komm jetzt, komm du jetzt mal. Alex, komm jetzt mal kurz mit. Egal, Alter. Er hat mit dem Schild was hingebaut und ich schreibe halt eiskalt. Ich baue es halt eiskalt ab. So, von dir sieht es doch schön aus, oder? Und jetzt? Alex? Das ist negatives Griefing. Bla, bla, bla. Alex? Alex? Einfach mal no. Hast du gesehen, was ich gemacht hab? Nein, das ist so unauffällig hier. Ich brauche halt Erde. Äh, ist es... Nein, das ist gelandet. Ich mach aus dem, aus dem Erde-Biom, mit Erde halt, aus... Ein Stein-Biom. Mit Stein. Okay. Krasse, war? Hätte niemand gedacht. Ja, Mann. Aber Alex, gib zu, es sieht lustig aus. Nein, will er nicht. Alex? Stimme mir gefälligst zu. Du bist mein Teammate. Du musst mir zustimmen. Steh den Vertrag. Bausparvertrag. Was hast du gefeuert? Ja, ich hol' ein Feuerzeug. Oh, Mann. Wollen sie wirklich gefeuert werden? Hm. Ja. Ein Stich mit so einem billigen Big-Feuerzeug vor dir. Ja, Mann. Weil das teure Gas ist, will ich nicht für dich verheizen. So viel bist du nicht wert. Ui, war grad am Schreiben. Was warst du? Oh, meine, 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 meine Dinge sind wieder voll. Meine, in meinem Inventar ist wieder voll. Alex? Was? Du weißt doch ungefähr, wie lange ich farmen war, oder? Weil die Truhe ist voll. Die eine Erdekiste ist ganz voll. Nur mit Erde. So, fam. Und Alkohol natürlich. So. Ja, 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 ja. Was ich halt gut finde, weißt du, man kann... Moment, Hashtag ist so. Niemals Hashtag verwendet. Er hat Hashtag verwendet. Ich habe ein Hashtag verwendet. Ja, ich bin böse. Iiii, nein, du bist eklig. Hashtag, ich hole mir meinen zweiten Account raus. Hashtag, ich bin voll, äh... Assi. Böser Mensch. Assi, böser Mensch. Vor allem, was du mit deinem zweiten Account gemacht hast. Ja, ich bin besorgen, wenn man einen zweiten Account... ...sondern man einen... Das Problem ist, in 1.8 kann man einen Namen ändern. Finde ich schon irgendwie schön und gut, aber... ...das sollten sie einführen, dass man standardmäßig einen Minecraft-Account-Namen umändern kann und fertig. Aber nein. Also Namen vom Minecraft-Account. Das ginge einfach nicht, weißt du, beim Einloggen gäbe es dann Probleme. Das wäre dann ein Problem mit Java. Er sagt Java dann no. Nein, es gäbe einfach Einlog-Probleme. Dann würde ich mich einfach TrueAlture-E nennen und dann nur sterben. Zweieinhalb Stunden lang. Das fände ich lustig. Und sich drüber beschweren. Und mich drüber beschweren. Und jetzt kann man einfach seinen Namen umändern in 1.8. Das ist dann natürlich noch besser, weil... ...dann kann sich jeder einfach einloggen und sich Hitler nennen und dann einfach die Welt in die Luft jagen, oder? Nein. Weil Hitler hat das gemacht. Hitler hat niemals hierbei die Luft gesprengt. Das schlimmste Problem ist dann, finde ich, dass dann sozusagen jeder sich einfach nennen kann, die die großen YouTuber, weil so sie... Hallo, ich nenne mich jetzt einfach Gronkh und komme auf den Server. Ja. Alle Welt himmelt mich an und ich bin Gronkh. Du denkst, dass Gronkh Gronkh heißt? Ja, Gronkh heißt Gronkh. Ja, schade. Aha. Und ich weiß noch, dass... HerdDK heißt Mr.DK, HannibalLP heißt weiß-was-was-ich. Weißt du, das ist mir scheißegal, wie die alle heißen. Du kannst alle gar nicht erwähnen. Hack alle in den Titel rein, dann kriegst du viele Aufrufe. Das ist immer so. Ja, auf jeden Fall. So dumm bin ich nicht. Bzw. so dumm, so... So assig. So, äh, like-geil, sag ich mal. So no bist du nicht. Oh, Mann. So was macht nur, ähm... So was macht nur das Kartoffelkommando. Ah, nein. Genau. Nein, das macht nur einer. Du nimmst mir die Worte. Aus dem Mund. Nein, da kann man auch nicht langfahren. Wo kann man hier langfahren? Ne? Ja, wahr. Gelb-Helix. Ich kann wahrscheinlich jetzt nicht mehr... nicht mehr mehr aussteigen. Oh, ich muss... Ich muss meine... Meine Schaufel reparieren. Die hat kein, ähm... Die hat kein Ding mehr. Kein... Kein Strich. Kein Balken. Sehr fatal gewesen. Kein Glied mehr. Nein! Er hat kein Glied mehr. Und Alex, giant the game. Nein! Scheiße! Wir sind im Arsch. Everyone save... Äh, save us. Also ihr sollt mich retten. Warte. Scheiße, die Diamanten sind oben. Scheiß Boote, ey. Die halten eh nix aus. Ja, so wie du. Ich bin auf dem Weg zu dir bin. Wenn er recht. Ich bin auf dem Weg zu dir. Heißt du, glatt, du wirst spätestens gleich sterben. Das will ich sehen, wie du gegen meine Kanonen ankommst. Ja. Hey, um den Spenser kann man umlaufen, okay? Das ist der Punkt. Was bringt es dir, wenn die Kanonen die ganze Dauerfeuer drauf haben, aber eh immer an dieselben Stellen platzieren, wo durch sie berechenbar sind und dann einfach ich auf die Seite gehe? Ich hab Seeminen. Was bringt die dir? Sie Seeminen. Ja, die ekelnden. Seeminen. Überwachen das Wasser. Sehen ein, ob ich komme oder nicht. Ja, schon. Aber ich bin mal gespannt, wenn du kommst. Wer kommt? Er hier. Hier auf keinen Fall jemand. Da wir sind jetzt so unterentwickelt. Wir sind schließlich Let's Player. Äh, ja. Weiß schon. No? Deswegen nenne ich mich nicht Let's Player, sondern Videospiel-Kommentator. Ich bin was Besseres. Wir sind Let's Player. Ich bin Videospiel-Kommentator. Bitch. Du bist scheiße. Ich bin ein Vollidioter auf YouTube. Videos auflädt. Ich bin der Zweite Vollidioter auf YouTube. Ja, hochlädt. Ja, ich hab sie wieder überlistet. Und dieser hab ich den richtigen Kurs drauf. Juhu. Was auch immer. Warte. Ich brauch kein Enchanting-Table, um meinen... Ach nee, der Ambos ist unten. Ich brauch Pech, oder? Ja. Ja. Wenn du mir so... So fragst, ja. So, wo ist nicht sein Haus? Da weiß ich nämlich, wo ich... Aber die Scheiße... Alter, wie viele Monster da sind. Ich glaube, wir sind 20. Ich bin... Hey. Also, ich zähl mal. Zwei Skelette. Drei Zombies. Zwei Spinnen. Ja, ich hab den richtigen Kurs. Wupp, 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 wupp. Ich hab mein Asyl recht offiziell erhalten. Oh mein Gott. Ich seh da hinten was am Horizont. Also, frag mich, wieso Blacky... Nein, kein Kommentar. Hat sich seit dem letzten Mal irgendwas verändert hier? Ja, hier ist ein fetter Turm dazugekommen. Wo, 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 wo? TNT, 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 TNT. Hier, hier. Wo ist TNT? Das ist TNT. Hast du es TNT? Der T auch mitgenommen? Das ist viel zu klein. Nein, das ist ein Problem. Das sagt man Felix öfter. Ja. What the fuck? Hast du meinen Boot kaputtgeschlagen? Hast du meinen Boot kaputtgeschlagen? Nein, hab ich nicht. Du bist gegen was gegen gefahren. Wirklich? Ja. Und ich nehm nicht auf. Scheiße, ich kann's nicht feststellen. Klimt. Was soll denn das hier sein? Ein Penis. Hä, was hier? Wie? Das hier. Das wird ne Werft. Anscheinend. Vermute ich. Ich glaube, das hat mich mal irgendwann genervt. Achso, das brauchst nicht du. Also, klar, das brauchst nicht du. Könnte mich irgendwann mal genervt haben. Ist aber nicht ganz sicher. Hm. Gut. Ich hab er nicht wohl durch. So, dann mach ich den Rest der Erfolgen bin ich jetzt hier. Äh, wie kann man seine Werkzeuge reparieren? Ich meine, ich muss jetzt endlich mal die Musik anmachen. Ja, das steht bei mir zu teuer. Ähm, was? Ich kann meine Schaufel nicht reparieren. Hat die Fähigkeiten drauf? Ja. Was für ein Level hast du? 19. Ja, vielleicht hast du nicht genug Level. Da steht aber zu teuer. Da steht keine Anzahl von Leveln. Teuer. Du musst einfach mehr Level halten. Fertig. Nee. Ich will immer sagen, bist du angebitscht. Das ist ja scheiße. Die Spitzhack ist zu gut, um... Schaufel. Schaufel ist zu gut, um verbessert zu werden. Boah, das ist ja scheiße. Dann schade ich nur irgendwie... Dann schade ich die mit Level 19 gleich nochmal. Boah, was ein Scheiß, ey. Tiveaus, du schuldig bist. Böse. Moment. Ich muss jetzt die anderen provozieren. Die sollen herkömmlich töten. Du bist das Wahnsinns. Ja, ich bin das Wahnsinns. Ja, ich bin das Wahnsinns. Kann ich dich mit einem Diamanten oder so irgendwie verbessern? Geht das nicht? Komm schon. Bitte. Ich hab kein Diamanten dabei. Bitte, ich will dich doch nur verbessern. Drecksding. Ich mach sie kaputt, ich zerstör sie. Das ist voll nett. So, jetzt kommen sie. Dafür, dass sie fast kaputt ist, krieg ich damit jetzt noch ein Stack weg. So, jetzt. Boah, das macht keinen Spaß, mit einer unentchanteten Pickaxe zu skrieren. Das kaputt zu machen. Ich geh den nächste Enchanten. So, jetzt wissen die, wo ich bin. Das ist halt echt so. Ich hab jetzt irgendwie, warte mal, ich weiß nicht, ich glaub 2000 Blöcke. Nee, mehr. Was war das Auffällt? Ja, circa 3000 bis 4000 Blöcke hier kaputt gemacht. Hä? Nee. Einfach mal no. Genau, du Stück. Komm da hin und kämpf. Nein. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich kämpf doch nicht gegen drei Leute. Du kannst ja auch nur gegen einen Kämpf. Nimm einmal Lava mit. Nee, das war Griefing. Nö, wieso? Das ist doch Lava, nicht du. Stimmt, das brennt ja nur alles weg, aber scheiß drauf. Nein, das brennt nicht alles weg. Nein, nein, das stört alles. Ich nimm die 13 TNT bei Tiberius einfach und die sich dann zum... Das sind unsere... Ja, Effizienz 2. Gut, dann nimm ich die 2 einmal Lava. Äh... Schärfe 3, Schutz 3, Effizienz 4. Das lässt du schön da liegen, gell? Nochmal, was hast du für nen Teig? Das ist ein Buch. Schärfe und Effizienz? Naja. In einem Buch? Ja. Ich glaube, du weißt, dass du irgendwas falsch gemacht hast bei der Geburt. Wieso? Naja, ein Effizienz schärfe 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 ist auch gar nicht. Nicht ganz. Ich weiß nicht, was du mit dem Schwert abbauen willst. Boah, das macht echt keinen Spaß. Ich hab doch nicht Karten gemacht, ey. Boah. Das macht keinen Spaß mehr, weil man kann Effizienz 4 hat. Ich kann nicht mehr durchrennen. Tja. Bist nicht geskillt genug. Effizienz 2 ist ja langweilig. Ich mach mir jetzt ganz viele Schaufeln aus Diamant-Dingern. Einfach nur. Da fällde ich hier. Ne, warte, kann ich nicht Bücher auf Bücher draufkleben? Wenn ich jetzt Bücher enchante. Warte, lass mich überlegen. Dann kann ich auf Effizienz 4 kommen. Oder 3 wenigstens. Unbewaffneten mit einem F, ey. Beste. Unbewaffneten. Unbewaffnete, das ist doch auch der. Ist ja voll österreichisch. Ist einer an der Waffel. Na dann ist es aber der Unbewaffelte. Ich sehe da bei Alex keinen Unterschied. Ah, ja. Okay. Akzeptiert. Kalle gibt zu, dass er da lappen müsste. Die Eier-Truhe ist wieder voll. Ich sag immer noch, mein Haus ist mein Territorium, da will ich hin. Ich brauch mehr Eier. Mehr Eier für jeden. Und da haben die Mainz auch betreten überwiesen.